Recht herzlich zu später Stunde Willkommen heißen. Gratulation natürlich an unseren Trainer ganz besonders. Sollten doch noch Kollegen aus der Tschechischen Republik dazustoßen, vielleicht kann es einem irgendjemand sagen, dass sie ein Zeichen geben sollen, dass wir übersetzen. Ansonsten würden wir jetzt auf Deutsch weitermachen. Und ich hoffe, es ist in eurem Sinne, dass wir heute nicht eine epische Pressekonferenz machen, da wir bereits morgen um 13.30 Uhr hier die Tabby-Pressekonferenz mit dem Trainer und dem Danos Petzos und unseren Sportdirektor haben und unserem Geschäftsführer. Aber ich darf jetzt gleich bitten, den Zoran Barisic drittes Spielgruppenspiel, dritter Sieg. Ich nehme an, ein sehr zufriedenes Resümee. Ja, natürlich speziell nach dem Rückstand hat die Mannschaft trotzdem die erste Halbzeit so bestritten, wie man das vorstellt. Sie hat sehr, sehr gut Fußball gespielt, sie hat ein sehr, sehr gutes Aufbauspiel gehabt. Sie hat einen super Übergang gehabt ins Angriffsspiel und hat sich überhaupt nicht aus dem Rhythmus bringen lassen. Also das war genau so, wie man das Spiel unserer Mannschaft vorstellt. Dann in der zweiten Halbzeit sind wir, vor allem zu Beginn der zweiten Halbzeit, sind wir etwas unter Druck geraten. Ja, da wollte Viktoria Pilsen etwas mehr tun fürs Spiel und genau in dem Moment haben wir dann den 2-1-Treffen erzielt. Das hat uns natürlich in die Karten gespielt. Ja, dann, was mich ein bisschen ärgert, wenn man das auch in der Suppe sucht, dann ist es das Anschluss-Tor zum 3-2-2, weil wir da einige Konter gehabt haben, die wir nicht seriös zu Ende gespielt haben, beziehungsweise einen Ballverlust, einen einfachen Ballverlust fabriziert haben, wo wir wirklich einen guten Konter fahren konnten. Und aus dem haben wir dann das 3-2-2 bekommen. Schade, aber trotzdem, die Mannschaft hat das dann, obwohl sie noch so jung ist, routiniert und cool zu Ende gespielt. Und wir sind natürlich sehr, sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich, dass es die Mannschaft wieder einmal geschafft hat, unsere Fans glücklich zu machen. Vielen Dank. Gibt es Fragen an den Trainer? Dann bitte ein kurzes Zeichen und Herr Hackl, das Mikrofon ist eins. Das war jetzt wirklich, ihr habt das beide Trainer gesagt, dass die Mannschaften nicht unendlich sind. Das ist prompt eingetroffen. Ja. Ist das auch, dass die ja eigentlich richtig stark waren, auch der Viktoria Pilsen, wertet das den Erfolg noch mehr auf? Für mich schon. Für mich schon, weil wir gesehen haben, dass Viktoria Pilsen wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft ist. Sie haben ja gezeigt, dass da riesig viel Routine vorhanden ist, auch sehr viele gute Einzelspieler haben sie in ihren Reihen. Also es ist wirklich eine Top-Mannschaft. Und deshalb ist es schon alle Ehren wert, dass wir es geschafft haben, gegen so ein Team mitzuhalten und auch zu gewinnen. Das macht mich natürlich irrsinnig glücklich und stolz. Vor allem auch, wenn man bedenkt, was für Leistung wir geboten haben gegen den WRC. Das ist wiederum der Vorteil, wenn man sehr viele junge Spieler hat. Sie können gewisse Dinge schneller verarbeiten als andere. Dankeschön. Bitte sehr, gibt es eine oder andere weitere Frage an den Trainer? Kollege Forst, das Mikrofon ist unterwegs. Zucki, was heißt denn das jetzt? Ich weiß, du denkst normalerweise von Match zu Match, aber nach Halbzeit, neun Punkte, größte Erfolgsserie in der Euroleague überhaupt, beginnt man da langsam zu rechnen, was nötig ist für einen Aufstieg. Also mit zwölf Punkten und einem Heimsieg gegen Minsk, müsste man eigentlich im Frühjahr auch schon dabei sein, international. Zunächst einmal ist es super, dass wir die erste Halbzeit der Gruppenphase so tolle Ergebnisse erzielt haben. Das ist sehr erfreulich, aber ich bleibe dabei, wir sind nach wie vor gefährliche Außenseiter. Wir haben natürlich gute Chancen, um weiterzukommen, aber es warten drei sehr, sehr schwere Spiele auf uns. Und wir haben uns eine gute Ausgangsposition geschaffen, nicht mehr und nicht weniger. Es ist natürlich schön und es macht uns alle sehr stolz, aber auch dieses Spiel ist abgehackt. Danke sehr. Bitteschön. Haben Sie noch weitere Fragen? Frage? Bitte, Kollege Alex Uhr. Jetzt war ja nicht nur das Spiel in Wolfsburg nicht so besonders, sondern auch die letzten Spiele davor. Und im Europacup schaut es so aus, als wäre einfach eine teilweise andere Mannschaft am Werk. Spürst du das auch vor den Spielen, dass da einfach mehr möglich ist als teilweise in der Meisterschaft? Oder überrascht dich das auch, wie groß der Unterschied oft ist? Also ich würde nicht sagen, dass die letzten Spiele in der Meisterschaft jetzt alles am Schlecht waren, weil das Spiel gegen Red Bull Salzburg war für mich nicht schlecht. Und Red Bull Salzburg ist ein sehr, sehr starker Gegner. Und das haben die Jungs auch ganz gut bestritten. Da haben wir einfach nicht das Glück auf unserer Seite gehabt. Es passiert auch. Und es werden auch immer wieder solche Spiele wie in Wolfsburg, also gegen den WRC passieren. Ja. Wir haben einfach sehr viele junge Spieler. Ja, es sind so zarte Pflänzchen, die man gießen muss, die man gut behandeln muss, damit sie irgendwann einmal zu einem großen, dicken, fetten Baum werden. Eigentlich ein schönes Schlusswort, aber wenn es noch eine Frage gibt, natürlich gerne. Wenn nicht, dann vielen Dank an alle für das Interesse. Gratulation nochmal dem Trainer. Und wer Interesse hat, wie gesagt, morgen 13.30 Uhr an derselben Stelle mit einem anderen Backdrop. Dankeschön.